Liebe Hörerinnen und Hörer, soeben muss ich von einem bedauerlichen Vorkommnis lesen, was mich dazu bewegt, die Nachhörreihe »Sächsisch Missverstanden« ins Leben zu rufen. Sie wendet sich an alle Neusachsen, Sachsenfahrer und Sachsenverstehenwollende. Weniger an uns Sachsen, denn wir können ja kaum ahnen, warum der Nichtsachse den Sachsen angeblich nicht verstehen kann. Hier also ein bedauernswertes Beispiel. Reisebüropanne »Sächsische Kundin bucht Bordeaux statt Bordeaux« Eine undeutliche Aussprache im Reisebüro kann teuer werden. Fast 300 Euro muss eine Kundin aus Sachsen für einen Flug bezahlen, den sie nie angetreten hat, weil sie den gewünschten Zielort Porto dialektbedingt nicht klar artikulierte. Eine Buchung ist auch dann gültig, wenn die Mitarbeiterin eines Reiseunternehmens den Zielort wegen undeutlicher Aussprache des Kundens falsch verstanden hat. Der Kunde ist dafür verantwortlich, dass der Mitarbeiter ihn richtig versteht, urteilte das Amtsgericht Stuttgart-Bad Cannstatt. Das berichtet die Deutsche Gesellschaft für Reiserecht in ihrer Zeitschrift »Reiserecht aktuell«. In diesem Fall hatte eine Kundin einen Flug nach Porto buchen wollen. Die Mitarbeiterin des Reiseunternehmens buchte jedoch einen Flug nach Bordeaux und forderte vor Gericht den Reisepreis ein. Die aus Sachsen stammende Beklagte habe den Zielort zu undeutlich genannt. Vor der verbindlichen Buchung habe sie zweimal in korrekter hochdeutscher Sprache die Flugroute genannt, erklärte die Mitarbeiterin. Insofern sei ein wirksamer Vertrag mit dem Reiseziel Bordeaux zustande gekommen. Dieser Auffassung folgte das Gericht, die Kundin muss den Reisepreis in Höhe von 294 Euro zahlen. Aktenzeichen 12C 32 63 Schrägstrich 11 Ich will hier mal was klarstellen. Das mit unserem Babschen und harten B ist gar nicht mehr so einfach. Natürlich ist Bordeaux in Portugal und Bordeaux in Frankreich im guten Sechsch dieselbe Destination. Es hat schließlich dieselbe Betonung. Dass die das im Westen nicht wissen tun, steht auf dem anderen Blatt. Ob die uns dafür verantwortlich machen dürfen, ich weiß ja nicht. Merke Bei der Kommunikation mit Sachsen ist immer die Frage am Telefon wichtig. Mähen Sie das jetzt nur mit den Harten oder doch mit den Babschen Bäh? So eine einfache Frage kann viel Ärger sparen. Denn eins muss doch klar sein. Es kann nun nie anders als Weisch bzw. Babsch oder Hart sein. So ein R schon immer bloß, weil wir nun mal nicht zwischen B und dem anderen B und dem D und dem anderen D unterscheiden können. Bianca ... ... ...